Ich freue mich, dass ich eine Stelle an meiner Professur ausschreiben kann, und zwar eine Qualifikationsstelle zur Promotion auf TVL 13 Halbe für die nächsten drei Jahre, und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie neben der Qualifikation, also der Promotion, idealerweise sich an der Konzeption und Entwicklung von digitalen Lehr- und Lerninhalten interessieren und uns dabei unterstützen. Und Ihre Dissertationsschrift oder ein Projekt, Dissertationsprojekt, was Sie anschieben wollen, sollte sich im Bereich der kognitiven Grammatik und oder der Sprachgeschichte des Deutschen bewegen. Idealerweise verbinden Sie diese beiden Aspekte in einer Arbeit miteinander. Das ist aber kein Muss. Ich bin auf alle Einsendungen gespannt, freue mich sehr darauf, dass ich die Stelle anbieten kann. Ich darf Sie nur bitten, aussagekräftige Bewerbungen bis 26.05.2020 direkt an mich zu schicken, entweder elektronisch, was mir sehr lieb ist, oder eben auf dem Postweg. Ich darf Sie ermuntern, in Ergänzung zu den üblichen Unterlagen, dass Sie mir gern auch Aktivitäten in den sozialen Netzwerken mitteilen. Ich weiß, dass das üblicherweise nicht in Bewerbungsunterlagen eine große Rolle spielt, aber mich interessiert es sehr. Ich freue mich sehr auf Ihre Einsendungen. Und die Ausschreibung selbst ist auf den Seiten der TU Dresden zu finden. Ich verlinke sie in meinem Blog und auch in der Beschreibung zu diesem Video direkt unter im Kommentarbereich. Ja, soviel dazu. Ich hoffe, dass ihr Interesse findet. Geben Sie die Beschreibung und die Ausschreibung sehr gern weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer regulären Folge wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.